Yes, achso, ja, 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 yes, King Phenomen, Nora heißt das, ne, dieser, ja, ja, der Razor, ja, das Ding kennen wir schon, klar, der steht im Weltall über der Erde, ziemlich hoch, von der Erde aus gesehen kann man auch sagen, ja, den haben wir ja schon, mehrmals drauf, den hab ich ja während des Stylings auch gefilmt und on gesetzt, hab ich das, ich setze alle meine Stylings nochmal on, um auf 1900 zu kommen, ja, das ist ein Grund, wieso ich das tue, das ist ja klar, aber ich hatte das sowieso die ganze Zeit vor, alle meine Styles nochmal zu filmen, jeweils ein Video pro Style, ja, weil das wäre sonst Style-Verschwendung, die Styles sind so viel wert, dass man das haben kann, dass jeder Style ein eigenes Video auch dann nochmal verdient, ja, und dann gönne ich die Hochschweban, ja, in meinem Tempel, Razor as a Tazad, richtig Kompliz da, lad mal an, wie, hi!